moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr hier in diesem glitch kommt am teich und zwar sammeln sich die zombies wie ihr seht alle hier und ihr könnt prima auf headshots gehen oder auf high rounds wenn ihr die wunderwaffe dabei habt ach ja leute am ende dieses videos zeige ich euch noch mal was so ein kleiner hinweis für einen trick der noch funktioniert und bleibt dran leute ich zeige euch jetzt wie es geht so so leute geht zum teich und geht auf diesen lkw hier aber geht von hinten drauf so wie ich dann geht ihr hierüber guckt auf dem boden und lauft langsam auf diesen pfeiler hierzu dies kann einige versuche dauern leute aber es klappt geht einfach so vor und zurück immer so wieder so ein bisschen ihr braucht auch nicht sprinten leute einfach ganz langsam nach vorne und zurück so immer wenn ihr nach vorne gelaufen seid lasst einmal den stick los um zu gucken ob es funktioniert hat das dauert jetzt bei mir auch ein paar versuche immer ein bisschen vor also ein bisschen zurück und dann wieder nach vorne und stick loslassen so wenn es dann geklappt hat leute dann müssten eure füße schweben das sieht dann so ein bisschen komisch aus als ob ihr so auf eine stelle laufen würdet so jetzt aber wie ihr seht leute wenn es geklappt hat dann sieht es so aus und der zombie hört auch auf euch zu bewerfen so der grund warum ihr von hinten auf den lkw drauf geht weil wenn ihr von hinten drauf geht leute dann kommen die zombies genau an dieser stelle die merken sich einfach die letzte position wo ihr wart und versammeln sich hier damit sie prima headshots kassieren können falls ihr euch fragt was mit dem megaton ist leute ihr aktiviert einfach eure feuer ring und wenn ihr das gemacht hat sollte es eigentlich gar kein problem sein ihn down zu bekommen weil er kann euch schaden so aber wie ihr seht mit dem feuer ring und der wunderwaffe ist das eigentlich easy und kein problem das war es dann erstmal mit den glitch leute aber ich habe noch eine kleine info für euch und zwar über den anderen map glitch ich habe in vielen kommentaren gelesen gehabt dass er angeblich gepatcht wurde und dass es nicht mehr geht und dass viele das nicht hinbekommen aber leute das ist der beweis ich habe das jetzt gerade beim aufnehmen habe ich das noch mal gemacht und ich zeige euch dass es noch geht so wie gesagt ihr geht wieder in die krankenstation dafür dann betäubt ihr den zombie hier an dieser stelle schaut dahin wo ich ihn schaue wenn er bei euch ist betäubt den dann rennt auf den stuhl zu messern die in der luftspam die springen und ihr seid dann hier oben und hier oben angekommen leute lauft ihr so ein kleines stück nach vorne bis ihr euch drucken können wenn ihr das gemacht habt dann legt euch hin und ja wenn ihr euch hingelegt habt leute kriegt ihr bis zum ende belebt euch wieder und beim beleben spammt ihr die springen taste und ihr seid oben so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal